Er war einer der einflussreichsten Männer unter Adolf Hitler. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, organisierte die brutale Verfolgung der politischen Gegner des Diktators. Im Zeichen des Sonnenrats errichtete er ein eigenes Imperium im Dritten Reich. Sein Schwarzer Orden, die SS, verübte beispiellose Verbrechen im deutschen Namen. Himmler war jemand, dessen ganzen politischen Vorstellungen sehr stark aus der Ideologie gespeist waren. Aber es wäre doch zu einfach, ihn nur als besessenen Ideologen zu sehen. Er war in erster Linie Politiker, der wusste, wie man die Ideologie der Nazis richtig einsetzen konnte. Doch wer war der Mann, der aus einer gutbürgerlichen Familie kam und als fanatischer Nationalsozialist und Antisemit für Hitler den Völkermord organisierte? In der Familie wurde er schon so als das schwarze Schaf gesehen, als der Ausrutscher. Das war sicher auch eine Version, die versucht hat, Distanz zu schaffen zu dieser Person Heinrich, mit der man eigentlich nichts mehr zu tun haben wollte nach dem Krieg. Verständlicherweise hat jeder versucht, da so viel wie möglich Distanz zwischen sich und ihnen zu bringen. Aus einem kleinen Haufen von Saalordnern der Partei formt der SS-Chef für seinen Führer eine Weltanschauungstruppe, die auch vor Massenmord nicht zurückschreckt. Heinrich Himmler war ein Mensch, der durchaus eigene Ziele verfolgte. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass er tatsächlich an den Nationalsozialismus glaubte. Und er glaubte wirklich, dass es zwei verschiedene Gruppen gibt, die überlegenen Arier und die Untermenschen. In einem System von Konzentrationslagern fielen dem Terror sechs Millionen Menschen zum Opfer. Nach Himmlers perverser Logik eine patriotische Pflicht. Wir waren weder menschlich, noch waren wir tot, noch haben wir uns wirklich gekümmert, was am nächsten Tage geschah. Es gab keine Gefühle mehr. Nach dem Untergang des Dritten Reiches begeht Heinrich Himmler mit einer Zyankali-Kapsel Selbstmord. Die überlebenden SS-Täter zeigen keine Reue. Himmler hat ein zerstörtes Europa hinterlassen und hat Millionen getöteter Menschen hinterlassen. Dieses Bewusstsein, Verbrechen begangen zu haben, ist, glaube ich, dieser Nazi-Elite bis zum Schluss nie, aber auch nie in den Sinn gekommen. Im August 1944 fotografiert Henrik Ross auch die Auflösung des Ghettos von Lodzsch. Die letzten Bewohner müssen sich am Bahnhof Radegast einfinden zur Deportation. Auch Cecilie Landau wird in einen der Waggons gepfercht. Wir haben wenig Gepäck gehabt, denn man konnte nicht viel tragen. Und der Weg vom Ghettos bis hierher war beinahe zwei Stunden zu Fuß. Diese Züge standen in einer Reihe am Radegast-sogenannten Bahnhof. Sie hatten Rampen, um hereinzugehen. Und in so einen Wagen kamen wahrscheinlich mehr wie hundert Menschen. Es war August, es war heiß. Wir bekamen etwas Brot, kein Wasser. Man hatte sich vorgestellt, dass man in ein anderes Lager kommt. Oder vielleicht ein Arbeitslager. Aber die Idee, dass wir alles lassen mussten, war uns nicht ganz geheuer. Denn warum geht man hier weg ohne jedes Gepäck? Ohne jede Anmeldung? Wohin? Wozu? Meine Verfassung war, ich würde sagen, hoffnungslos. Ich habe an nichts mehr geglaubt. An keine Zukunft, an keine Vergangenheit, an nichts. Ich war am Ende. Am Ende jeder Vorstellung, am Ende jeder Angst, am Ende jeder Hoffnung zum Weiterleben. Im Moment, wo ich diesen Wagen bestieg, war für mich das Leben vorbei. Cäzilie Landau ist damals 19 Jahre alt. Sie hat keine Ahnung, wo die Fahrt enden wird. Nach einiger Zeit kamen wir an einem Ort an, um 4 Uhr früh. Es war hell beleuchtet. Und die Türen wurden geöffnet. Wir sahen Hunde, SS und das Wort raus. Die Männer wurden von den Frauen abgesondert, die Kinder von den Eltern, die Alten von den Jungen. Und wir haben einen jungen Mann in gestreifter Uniform mit dem Armband Kapo gefragt, wo sind wir. Die Antwort war Auschwitz-Birkenau. Und wie wir sagten, wir haben nie von diesem Ort gehört, hat man es uns nicht geglaubt. Noch auf der Rampe nehmen SS-Ärzte die Selektion der Ankömmlinge vor. Wer nicht zum Arbeitseinsatz taugt, wird sofort getötet. Alles Gepäck, alles wurde weggenommen. Wir sind in einen Raum geführt worden, mussten uns auskleiden. Meine Freundin aus Prag hat eine SS-Frau in einem Raum gefragt, könnten wir nicht lieber eine Nummer haben, statt die Haare zu verlieren? Und die Antwort war, hier nimmst du, was du bekommst. Dann wurden uns die Haare abgeschoren und dann gab es etwas Wasser. Und jemand sagte, es ist entweder Wasser oder Gas. An dem Tag gab es etwas Wasser. Und am anderen Ende einen einzigen Lumpen. Entweder ein Kleid oder eine Schürze, einen Lumpen. Keine Wäsche, keine Schuhe, keine Strümpfe, nichts. Und dann haben wir uns umgeschaut und wir sahen die Schornsteine. Die geraucht haben und wir haben gefragt. Es wurde von einer Reihe in die zweite geflüstert. Und dann war es ungefähr klar. Innerhalb einigen Stunden hat man dann erfahren, was Auschwitz eigentlich ist. Nach der Selektion wird Cäzilie Landau mit hunderten Häftlingen in einer Baracke zusammengepfercht. Fünf Frauen müssen sich eine Koje teilen. Die Versorgung ist katastrophal. Die wenigen sanitären Anlagen sind verdreckt und stinken unerträglich. Erniedrigt auf eine tierische Existenz vegetieren die Häftlinge dahin. Solange sie arbeitsfähig sind, haben sie eine winzige Chance. Als Kameraleute der Roten Armee 1945 die überlebenden filmen, sind in den Baracken nur noch etwa 7000 transportunfähige Häftlinge zurückgeblieben. Überlebt haben ein paar Dutzend Kinder, nur weil sie willkommene Versuchsobjekte für einen der Lagerärzte waren. Wenn er nicht gerade Selektionen an der Rampe durchführte, ging Dr. Josef Mengele mit großem Eifer seinen Studien der Rassenlehre nach. Viele Zwillinge und Kleinwüchsige quälte er zu Tode. Nur wenige überstehen die sadistischen Experimente und sind fürs Leben gezeichnet. In einem Fotoalbum, das erst vor kurzem in den USA aufgetaucht ist, finden sich Fotos, die Josef Mengele 1944 in einem SS-Erholungsheim nicht weit von Auschwitz zeigen. Zu dieser Zeit ist Josef Kramer Kommandant von Auschwitz-Birkenau. Rudolf Höss leitet Auschwitz I. Der ideale SS-Täter für ein Vernichtungslager wie Auschwitz ist ein kalter Exekutor der Entlösung, der sich in keinster Weise berühren lässt von menschlichem Leid. Dass eine bestimmte Aufgabe gestellt wird und die muss effizient, kalt, rasch durchgeführt werden. Und das hieß, um Menschen, entweder um Menschen umzubringen, wie in Auschwitz, oder Zwangsarbeiter einzusetzen und sie dann zu Zehntausenden sterben zu lassen, von dem gleichen Typus SS-Mann erledigt werden sollen. Für diese Täter war das Morden eine Aufgabe, die sie zu erfüllen hatten, die Anforderungen stellte, sicherlich auch emotional, man musste über einiges hinwegsehen, aber sie in keinster Weise davon abhielt, den Betrieb Auschwitz auch als Betrieb zu nehmen, was dann auch einen Betriebsausflug möglich machte. Im selben Album Fotos von einem Ausflug der Wachmannschaften. Viele SS-Leute kommen freiwillig nach Auschwitz, wohl ohne zu wissen, was sie erwartet. Andere werden abkommandiert. Seelische Not spüren offenbar die wenigsten und wer sich dennoch verweigert, der wird rasch und ohne Bestrafung ersetzt. Das Gehalt habe nur sekundäre Bedeutung, wissen die Vorgesetzten. Viel wichtiger sei die innere Beziehung jedes Einzelnen zu seiner Arbeit. Es gibt etliche Zeugnisse von SS-Tätern oder KZ-Ärzten, die von ihren weinseligen oder alkoholseligen Abenden berichten oder von Kinoabenden. Und das geht parallel, weil die Taten, die Mordtaten, die diese Männer begehen, eben in ihrem moralischen Wertungssystem, ihrem Wertsystem, in denen keine Mordtaten sind, sondern Unausweichlichkeiten, Notwendigkeiten, schrecklicher Art, aber nicht zu ändern. Die Vergasungen in Birkenau wird die SS erst Ende Oktober 1944 einstellen, angesichts der herannahenden Roten Armee. Auf Befehl Himmlers werden die Krematorien und Gaskammern gesprengt. Cäzilie Landau hat Glück. Sie ist noch stark genug, um zu arbeiten. Ich war nicht allzu lange in Auschwitz und ich bin nicht durch einen Auschwitz-Winter gegangen. Wir sind wieder verladen worden in einen Viehwagen, aber erst nachts eine Selektion von Mengele. Wir mussten uns das eine Kleidungsstück ausziehen und einfach an den drei Offizieren vorbeigehen. Und dann haben sie gesagt, rechts oder links. Die auf der rechten Seite sind verschwunden, die auf der linken Seite, es waren ungefähr 500, sind in einen Viehlagen gekommen. Wir haben ein zweites Stück Kleidung bekommen und irgendein paar Schuhe. Und der Zug ging dann drei Tage irgendwo hin. Und in dem Viehwaggon gab es nichts zu essen, es gab kein Wasser, es gab nichts. Es war schlimm. Und nach drei Tagen stieg ich auf die Schultern meiner Freundin und guckte durch den kleinen Schlitz oben in dem Waggon. Und ich sagte irgendwie, wir sind in der Nähe von Hamburg. Und sie hat gesagt, setz dich hin, du bist nicht richtig im Kopf. Und dann hielt der Zug im Dessau-Ufer und es war tatsächlich Hamburg. Die Neuankömmlinge werden in einem Außenlager des KZ Neuengamme interniert und jeden Morgen in die Hamburger Innenstadt oder die nähere Umgebung gebracht, um Bombenschäden zu beseitigen. Zezilie und ihre Leidensgenossinnen müssen in zerstörten Werftanlagen Stahlträger und zerborstende Fenster wegschaffen. Bewacht werden sie von älteren oder kriegsversehrten SS-Männern, die zum Einsatz an der Front nicht mehr taugen. Kontakt mit der Bevölkerung gibt es nicht. Es gab eine Schadenfreude, aber es hat wenig geholfen. Es ging den Deutschen schlecht. Und man hat es gesehen, man hat die zerstörten Häuser gesehen. Aber es hat uns nichts geholfen. Ich wusste, dass ich nicht ein Einzelfall bin, dass es uns allen gleich schlecht geht, mit wenig Ausnahmen. Aber ich wusste nicht, wann geht es zu Ende oder wann gehe ich zu Ende. Es war nicht mehr wichtig. Es hätte geholfen, wenn man gewusst hätte, die Russen sind nah an der Elbe, die Engländer sind hier und die Amerikaner sind da. Wir wussten nichts. Bilder eines Evakuierungstransports aus Auschwitz, gedreht von einem Amateurfilmer am 24. Januar 1945. 58.000 Menschen haben das Vernichtungslager auf Befehl der SS verlassen. Nur wenige überleben die Transporte in Richtung Westen. Einige versuchten uns zu helfen und gaben uns Wasser, das alles sofort verschüttet wurde, denn die Menschen versuchten es einander wegzunehmen. Uns half also nicht viel zu überleben. Die Menschen starben wie die Fliegen auf dieser Reise. Die Toten durften nicht hinausgeworfen werden. Sie verfaulten, während wir in den Güterwaggons waren. Wir mussten es ertragen. Und wir wurden Teil der faulenden Leichen und rochen wie faulende Leichen. Heinrich Himmler vereidigt Volkssturmmänner, die als letztes Aufgebot in den verlorenen Krieg ziehen müssen. In der Wochenschau predigt er den Glauben an den Endsieg. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Wienbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die wir ihm dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Nördlich von Berlin in Hohen Lüchen leitet ein Jugendfreund Himmlers ein luxuriöses Sanatorium der SS. Hierher zieht sich der Reichsführer gerne zur Erholung zurück. 1945 wird das Gelände von der Roten Armee besetzt. Seit dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Deutschland steht das Anwesen leer. Hier wendet sich Himmler im März 1945 von Hitler ab. Im Gegensatz zum Führer führt er Gespräche mit Vertretern der westlichen Alliierten und jüdischer Organisationen. Kapitulieren will er nicht. Himmler hält sich in der Tat für denjenigen, mit denen die Alliierten doch verhandeln sollten, obwohl es längst die Erklärung von Casablanca gibt, die die bedingungslose Kapitulation fordern und die Alliierten ganz deutlich gemacht haben, dass sie in keinem Fall mit irgendeinem Angehörigen der Nazi-Elite werden über ein künftiges Reich verhandeln. Und von der ausländischen Seite her, von der jüdischen Organisationen her, sind diese Verhandlungen ganz deutlich davon geprägt, alles zu tun, damit man wenigstens noch den Häftlingen, die es noch gibt und die bislang überlebt haben, die Chance zu erhöhen, diese letzten Monate des Regimes zu überleben. Er konnte nicht wirklich annehmen, dass er noch im Frühjahr 1945 noch als Verhandlungspartner von der Alliierten Seite wirklich ernst genommen werden würde. Diese Verhandlungen erscheinen ja aus heutiger Sicht ausgesprochen bizarr. Etwa sein Versuch, gegenüber einem Mittelsmann des jüdischen Weltkongresses den Eindruck zu erwecken, als ob man jetzt sozusagen Frieden zwischen der SS und den Juden schließen könnte und ähnliches mehr. Er scheint hier versucht zu haben, am Schluss des Krieges noch mal eine Konzeption zu entwickeln, eine Idee zu entwickeln, eine neue Rolle für sich zu erfinden, die Rolle des humanitären Vermittlers. Er hatte bis dahin ja mit allem, was er getan hat, im Grunde genommen aus seiner Sicht Erfolg gehabt. Und warum sollte es nicht ihm gelingen, mit äußerster Willensanstrengung und Arbeit an sich selbst noch einmal einen Rollenwechsel zu vollziehen? Hitler kann nicht glauben, dass ihn sein treuer Heinrich verrät und nimmt noch am 20. April 1945 in der Berliner Reichskanzlei dessen Geburtstagsglückwünsche entgegen. Als er aber aus der internationalen Presse von den Verhandlungen erfährt, verstößt der Himmler nach einem Wutanfall aus der Partei und aus allen Staatsämtern. Als amerikanische Truppen und Rotkreuzhelfer im April das KZ Buchenwald erreichen, vegetieren in Himmlers Lagern noch zehntausende Häftlinge. Viele ringen mit dem Tod. Die SS-Bewacher sind geflohen. Den Befehl ihres Reichsführers, dass niemand lebend in die Hände der Feinde fallen darf, haben sie nicht mehr befolgt. Lucille Eichengreen ist am Ende ihrer Reise in die Vergangenheit angekommen. Noch einmal besucht sie das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide. Unter ihrem Geburtsnamen Cecilie Landau wurde sie im März 1945 aus Hamburg dorthin gebracht und sah noch einmal unbeschreibliches Elend. Wie wir dann zum Lager kamen, lagen die Toten auf den Wegen, die Toten in den Baracken. Es gab eine Riesengrube mit nackten Leichen und der Geruch in dem Lager war nur unmöglich. Und man wusste am ersten Tag, dass man hier nicht lange leben kann. Wir waren bereit zu sterben. Am Eingang vor dem Tor waren zwei Riesenhaufen mit Schuhen. Einer zur rechten und einer zur linken. Und es waren alte Schuhe, kleine Schuhe, neue Schuhe. Und was mir durch den Kopf ging, war, wo sind die Beine, wo sind die Menschen? Nur leere Schuhe. Anfang April 1945 erlebt sie hier ihre Befreiung durch britische Truppen. Wir wussten, dass die Engländer uns gefunden haben und wir wussten, dass für uns wahrscheinlich der Krieg vorbei ist. Aber die Freude hat nicht lange gedauert. Man hat sich gefragt, wo sind unsere Familien, wo ist unser Zuhause, wo gehen wir hin und was jetzt? Die SS-Wachmannschaften werden entwaffnet und gehen in Gefangenschaft. Spezialkommandos der Briten suchen nach Beweisen für die Verbrechen. Kommandant Josef Kramer wird 1947 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Britische Militärgerichte werden über 200 Todesurteile gegen Schergen der Nazis verhängen. Cecilie Landau hilft ihren Befreiern, SS-Leute in Hamburg und Umgebung zu identifizieren. Viele halten es nicht für nötig, sich zu verstecken und leben unter ihrer alten Adresse. Die Engländer haben gesagt, sie sind verhaftet, ich habe es übersetzt. Und die Antwort war, ich habe nie etwas getan. Ich bin nicht schuldig, warum verhaften sie mich? Und wie sie dann im Gefängnis saßen, war die, bitte, bitte helfen sie uns. Ich habe nichts zu antworten gehabt. Was ich mitbekommen habe, waren die Zettel unter unseren Kasernen, in denen wir gewohnt haben, nach dem Bergen-Belsen-Camp und die Zettel sagen, wir werden dich töten. Und sie waren wahrscheinlich von den Familien der SS-Leuten. Und nach dem dritten Zettel habe ich es meinem Chef auf den Schreibtisch geworfen und drei Tage später war ich in Frankreich. Cecilie emigriert in die USA, gründet dort eine Familie und betritt erst Jahrzehnte später wieder deutschen Boden. Die SS-Kaserne ist verwaist, als amerikanische Truppen am 29. April das Konzentrationslager Dachau erreichen. Für viele Häftlinge kommt jede Hilfe zu spät. Nach mörderischen Todestransporten war für tausende Opfer der Nazi-Barbarei hier Endstation. Als wir in Dachau ankamen, war ich von den anderen schon beinahe zerquetscht worden. Ich dachte, wie lange kann ich diesen Zustand noch ertragen? Und ich wusste, es wäre nur noch für kurze Zeit. Kurz danach kamen wir in Dachau an. Ich erinnere mich, dass die SS-Leute uns ankommen sahen und so entsetzt waren, dass sie sich ein wenig menschlicher verhielten. Ein SS-Hauptmann sah uns an und ich sagte zu ihm, entweder tun sie etwas, um unser Leben zu retten, oder sie lassen uns erschießen. Sie sehen ja, in welchem Zustand wir sind. Er sagte nichts und ließ die Essensrationen erhöhen. Dennoch wurde meine Erfrierung, ein schlimmer Fall von entzündlicher Erfrierung, schlimmer und schlimmer. Es waren einige Ärzte da, die mich operierten, aber die Infektionen nicht stoppen konnten. Ich konnte mich selbst langsam sterben sehen. Ich gab mir noch etwa zehn Tage und innerhalb dieses Zeitraums wurden wir befreit. Wachmannschaften, die nicht mehr fliehen konnten, versuchen sich mit Zivil- oder Häftlingskleidung zu tarnen. Doch die befreiten Insassen können die meisten identifizieren. Als die Amerikaner Anfang Mai das Anwesen Heinrich Himmlers am Tegernsee besetzen, ist der Hausherr abgetaucht. In seinem Wohnzimmer hören die GIs im Radio von der Kapitulation der Deutschen. Vergeblich versucht Himmler, sich der neuen Regierung von Großadmiral Dönitz anzuschließen. Man will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Als einfacher Soldat verkleidet, wird er von einer britischen Patrouille aufgegriffen. Er hätte verschiedene Optionen gehabt 1945. Er hätte Selbstmord begehen können wie andere Nazis. Er hätte an der Spitze eines Bataillons einen letzten Angriff führen können. Den Gedanken hat er auch wirklich erwogen, aber es kam dann nicht dazu. Er hätte sich, und das hätten viele von ihm erwartet, den Alliierten stellen können, sich vor seine Männer stellen können, Verantwortung übernehmen. Alles dies hat er nicht getan. Er hat offensichtlich den entscheidenden Moment versäumt, sozusagen eine Antwort auf das Ende des Dritten Reiches zu finden. Seine Persönlichkeit scheint in den letzten Wochen des Krieges regelrecht zusammengefallen zu sein. Er wusste nicht, was er machen sollte. Auch eine Fluchtmöglichkeit. Er hätte ja durchaus Möglichkeit gehabt, sein Äußeres wirkungsvoll zu verändern. Aber seine Bemühungen in dieser Hinsicht waren so dilettantisch, dass er ihn der vernehmende englische Offiziere sofort erkannte, als er ihm vorgeführt wurde. In der Uelzener Straße in Lüneburg ist damals ein Verhörzentrum der britischen Streitkräfte untergebracht. Als man dort den Gefangenen gründlich durchsucht, begeht Heinrich Himmler mit einer im Mund versteckten Zyankalikapsel Selbstmord. Der Massenmörder stirbt am 23. Mai 1945 nach qualvollem Todeskampf. Heinrich Himmler versuchte, seiner Verantwortung irgendwie zu entkommen und überließ es den übrigen SS-Gefolgsleuten zu büßen und bestraft zu werden und all das. Er stellte sich nicht und sagte, ich bin verantwortlich. Er stellte sich nicht. Er wollte fliehen wie so viele andere und beginn Selbstmord. Wie Hitler. Weil sie nicht zugeben wollten, dass sie Unrecht hatten. Dass das, was sie getan hatten, ein Verbrechen war. Er war eine Zeit lang der wahrscheinlich zweitmächtigste Mann im Dritten Reich. Seine Henker töteten Millionen. Wie die meisten seiner Opfer aber wird Himmlers Leichnam namenlos verscharrt von deutschen Kriegsgefangenen irgendwo in der Lüneburger Heide. Ehefrau und Tochter sind in amerikanischer Gefangenschaft. Nürnberg im Sommer 1945. Hitlers Stadt der Reichsparteitage liegt in Trümmern. Die Sieger haben beschlossen hier, wo die Saat der Nazi-Ideologie aufging, Hitler wie ein Erlöser gefeiert wurde, wo Julius Streichers antisemitische Hetzschrift Der Stürmer erschien und wo 1935 die menschenverachtenden Rassegesetze gegen die Juden beschlossen wurden. Genau hier wollen Amerikaner, Briten, Franzosen und Sowjets den überlebenden Nazi-Führern den Prozess machen. Schauplatz des welthistorischen Gerichtsverfahrens ist der Nürnberger Justizpalast. Keine siegreiche Nation und kein Bündnis hat je etwas so Kühnes und Kompliziertes gewagt, wie es die Alliierten mit den überlebenden Repräsentanten des Dritten Reiches tun. Die Anklage wiegt schwer. Zwölf Jahre Diktatur, Krieg und Massenmord. Das internationale Militärtribunal soll über Schuld und Unschuld richten. Aus dem Gefängnistrakt werden die 21 Angeklagten mit einem Aufzug direkt in den Gerichtssaal gefahren. Weil Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich tot sind, haben die Ankläger vollwertigen Ersatz gesucht und glauben ihn gefunden zu haben. Am 10. Dezember 1945 betritt erstmals der Angeklagte Ernst Kaltenbrunner den Saal 600. Eine Kältewelle ging über die Anklagebank, erinnert sich der amerikanische Gerichtspsychologe Gustav Gilbert später, als ob ein kalter Luftzug durch die offene Tür hereingeweht wäre. Der Nachfolger Heydrichs als Leiter des Reichssicherheitshauptamts bestreitet die Anklage und sieht sich selbst als Sündenbock für die Verbrechen anderer. Seine Mitangeklagten empfangen ihn kühl und versuchen ihn zu ignorieren. Der 42 Jahre alte Jurist Ernst Kaltenbrunner stammt aus Österreich und organisierte nach dem Anschluss den Geheimdienst der SS in Wien. Heinrich Himmler schätzte seine unbedingte Ergebenheit und machte ihn wohl nicht zuletzt deshalb 1943 zum Nachfolger Heydrichs. Wie sein Ziehvater verfolgte er das Ziel eines rassereinen Reichs und setzte die Politik des millionenfachen Völkermords unvermindert fort. You must now plead either guilty or not guilty. Ich glaube mich nicht schuldig gemacht zu haben. Seine Unterschriften auf zahllosen Dokumenten versucht Kaltenbrunner wegzuerklären oder er bestreitet deren Echtheit. Die Hartnäckigkeit mit der er leugnet erzeugt bei Beobachtern Bewunderung. Ein deutscher Verteidiger nennt ihn den Mann ohne Unterschrift. Sogar einige Richter vermag er zu beeindrucken. Doch gegen den Berg der Beweise den die Anklagebehörde aufgehäuft hat kann er nicht ankommen. Der Gerichtspsychologe Gilbert notiert über seinen Besuch in Kaltenbrunners Zelle am nächsten Tag. Darüber, dass er seine eigene Unterschrift auf einer Reihe von Dokumenten bestritten hatte, sagte er, es sei möglich, dass er sie unterzeichnet hätte, aber er hätte die Unterschrift nicht erkennen können und er habe so manche Dinge unterzeichnet. Die Anklage hätte ihm wirklich nicht Zeit gelassen, diese Dokumente zu studieren. Ich fragte ihn, wann er von den Massenmorden erfuhr, von denen er zu Anfang nichts zu wissen behauptet hatte. Das ist eine typisch amerikanische Frage, antwortete er ausweichend. Sie wollen die Sache ganz genau wissen. Das ist alles nicht so einfach. Als ich erfuhr, dass diese Dinge nicht nach dem Gesetz vor sich gingen, legte ich bei Himmler Protest ein. Es konnte kein sehr wirkungsvoller Protest sein, bemerkte ich. Ihr Amerikaner scheint zu glauben, dass unser ganzes Reichssicherheitshauptamt nichts als eine organisierte Verbrecherbande war, erwiderte Kaltenbrunner. Die anderen Angeklagten verachten Kaltenbrunner, weil dieser seine Schuld zu verschleiern versucht. Denn das wirft ein schlechtes Licht auf ihre eigene Strategie, alles abzustreiten. In Kaltenbrunners Fall sei es doch logisch, dass er von der Sache etwas gewusst habe, meint Großadmiral Dönitz. Albert Speer glaubt an eine Gefängnispsychose. Kaltenbrunner habe sich eine ganz falsche Vorstellung seiner Rolle eingeredet und viele Dinge weggelassen, die tatsächlich vorgekommen sind. In seinem Schlusswort ist sich der Angeklagte nach wie vor keiner Schuld bewusst. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jeder zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Trotzdem verurteilen die acht Richter am 1. Oktober 1946 Ernst Kaltenbrunner einstimmig wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Tod durch den Strang. Von Dezember 1946 bis Mai 1949 werden im Nürnberger Justizpalast zwölf Nachfolgeprozesse vor amerikanischen Militärgerichten durchgeführt. Angeklagt werden unter anderem Ärzte und hohe Regierungsbeamte des Dritten Reichs, Generäle und Industrielle wie Friedrich Flick und Alfred Krupp. Am 15. September 1947 beginnt im Saal 600 der sogenannte Einsatzgruppenprozess. Die 23 ehemaligen Angehörigen der SS werden der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Kriegsverbrechen und der Mitgliedschaft in verbrecherischen Organisationen beschuldigt. Auf ihren Befehl wurden Hunderttausende ermordet. Die meisten Angeklagten sind Akademiker, darunter viele Juristen, sogar ein ausgebildeter Opern- und Konzertsänger ist dabei. Hoch intelligent sind sie, Experten der Vernichtung. Wie Heinrich Himmler haben sie am Ersten Weltkrieg nicht teilgenommen, radikal entschlossen waren sie, mit dem Herkömmlichen zu brechen. Die Männer hielten sich für Humanisten und waren Massenmörder. Ich war in dem Prozess Chefankläger. Das waren Todesschwadrone, deren Aufgabe darin bestand, hinter den Frontlinien jedweden Widerstand gegen die deutsche Armee zu eliminieren. Sie töteten alle jüdischen Männer, Frauen und Kinder, derer sie habhaft werden konnten. Jeden Zigeuner und jeden kommunistischen Funktionär, einfach alle. Und das taten sie. Und sie ermordeten kaltblütig über eine Million Menschen. Atrocities und offenses including, aber nicht limited zu persecutions auf politischen, racischen und religiösen grounds, murder, extermination, imprisonment und andere inhumane acts. Der Fall, die wir presenten, ist ein von Humanität zu Art. We shall establish beyond the realm of doubt facts which before the dark decade of the third Reich would have seemed incredible. Eine Erklärung zur Rechtfertigung dieser Taten gab SS-General Dr. Otto Ohlendorf ab, der Hauptangeklagte, dessen Einheit nach eigenen Aufzeichnungen mehr als 90.000 Menschen umgebracht hatte. Er erklärte, man habe in Notwehr gehandelt. Als ich ihn aufforderte, zu erklären, was er genau mit Notwehr meinte, sagte er, sie hätten vorausgeahnt, dass die Sowjetunion ihr Feind sein würde und dass die Sowjetunion sie hasste. Deswegen müsste man, womit er jegliches Recht missachtete, mit der Sowjetunion genauso verfahren. Es sei ein Akt, der vorausschauenden Notwehr gewesen, zuzuschlagen, bevor sie zuschlagen. Das war das deutsche Argument. Otto Ohlendorf, ein freundlich wirkender Wissenschaftler und Familienvater, hatte im Hauptprozess als Zeuge der Anklage seine Tätigkeit für eines der Mordkommandos geschildert und will jetzt im eigenen Verfahren seine Aussagen relativieren. Ich bin mit dieser Antwort, Herr Präsident, nicht ganz überein. Und zwar insofern nicht, als ich sagte, diese Zahl von 90.000 ist gemeldet worden als getötet. Aber ich kann damit weder verbinden, dass sie wirklich getötet sind, noch viel weniger damit verbinden, dass sie von der Einsatzgruppe getötet sind, weil ich eben neben Übertreibungen auch bestimmt weiß, dass von den Einsatzgruppen fremde Ereignisse mitgemeldet worden sind. Daher konnte ich nur wiederholen, es sind 90.000 gemeldet worden. Warum, fragte man ihn, habt ihr die Kinder umgebracht? Tausende von Kindern in die Gaswagen gesteckt und getötet. Und die Antwort war, wenn sie in dem Wissen groß geworden wären, dass wir ihre Eltern getötet haben, dann wären sie Feinde Deutschlands geworden. Wir waren aber an einer langfristigen Verteidigungsstrategie interessiert und daher war es nur logisch, dass wir auch die Kinder töten mussten. Ohne bösartige Absicht also auch kein Verbrechen, so der Gedanke. Ich war damals erst 27 Jahre alt, aber ich hatte Strafrecht studiert und wusste, dass das keine Verteidigung war. Und im Namen der US-Regierung, in deren Auftrag ich handelte, wurde er zum Tode verurteilt und für seine Verbrechen gehängt. 14 Angeklagte erhalten die Todesstrafe. Otto Ohlendorf und drei seiner Kollegen werden 1951 im Gefängnis von Landsberg hingerichtet. Der Völkermord an den europäischen Juden gerät wieder ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit, als am 11. April 1961 in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann eröffnet wird. Der israelische Geheimdienst hatte Eichmanns Decknamen Ricardo Clement und seine Adresse in einem Vorort von Buenos Aires in Erfahrung gebracht. Die Festnahme des ehemaligen SS-Obersturmbahn- Führers durch ein Kommando des israelischen Geheimdienstes ist einer der spektakulärsten Erfolge bei der Fahndung nach den Tätern. Auch nicht alle Juden ermordet worden sind. Das Auftreten des unscheinbaren Bürokraten inspiriert die Schriftstellerin Hannah Arendt zu der Formel von der Banalität des Bösen. Das Gericht verurteilt Eichmann schließlich zum Tode. Am 1. Juni 1962 wird er hingerichtet. Seine Asche verstreut man im Meer. In Deutschland genießt die Suche nach Naziverbrechern keine Priorität. Der hessische Generalstaatsanwalt in Frankfurt Fritz Bauer gehört zu den wenigen, die immer wieder neue Ermittlungsverfahren einleiten und mutmaßliche Verdächtige in Gewahrsam nehmen lassen. Dennoch leben viele ehemalige SS-Angehörige unter falschem Namen oder ganz offen und unbehelligt in der Bundesrepublik. John Steiner ist in die USA ausgewandert und hat Soziologie studiert. Er will alles über DNS-Täter und ihre Motive herausfinden und beginnt eine Studie. Bereitwillig geben ehemalige SS-Männer Auskunft. Ich erinnere mich, dass ich jemanden interviewt habe, der einen relativ hohen Rang in der SS bekleidete. Er war ein Intellektueller und sagte, wissen Sie, wenn ich nicht Teil davon gewesen wäre, hätte ich es niemals initiiert. Ich hätte nie getan, was ich getan habe. Und nur aufgrund des Vorbilds der anderen und der Gruppe, die Dinge taten, die heute völlig inakzeptabel wären, habe ich daran teilgenommen. Darum habe ich es getan. Von selbst hätte ich niemals damit angefangen. Ich hätte nie zugelassen, nicht einmal daran gedacht, Menschen zu töten oder sie in die Gaskammer zu schicken. Steiner sucht in Familienumfeld und Erziehung Hinweise für eine besonders autoritäre Gesinnung bei den SS-Tätern, die zu der menschenverachtenden Behandlung ihrer Opfer führte. Und er will wissen, wie die Täter sich selbst sehen, 20 Jahre nach der Tat. Der Soziologe entwickelt einen umfangreichen Fragebogen und überredet einen ehemaligen SS-General, das Projekt zu unterstützen. Er kann schließlich über 220 Datensätze auswerten. Eine Kontrollgruppe von ehemaligen Wehrmachts Angehörigen liefert verlässliches Vergleichsmaterial über Lebensumstände, Einstellung und Vorlieben. Das Ergebnis, die SS-Männer sind erfolgreicher und zufriedener als die Soldaten. Auf ihre Mitgliedschaft blicken sie sehr viel häufiger mit Genugtuung zurück statt mit Enttäuschung. Als wichtige Eigenschaften werden öfter Treue und Ehre statt Gerechtigkeit genannt. Gehorsam und Autorität spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Obwohl Interviewpartner wie Karl Wolf, der ehemalige Stabschef von Heinrich Himmler wissen, dass John Steiner eines ihrer Opfer ist, behandeln sie ihn wie einen Freund. Diese Leute waren ehrgeizig. Karl Wolf zum Beispiel wollte Obergruppenführer werden und tat alles, um das zu erreichen. Erlog und all das. diese diese Leute hatten einen solchen Machtwillen, dass sie ohne Rücksicht alle verfügbaren Mittel dafür einsetzten, so selbstsüchtig waren sie. Es waren Leute, die ihre Ziele durchsetzen wollten, auch wenn sie kriminell waren. Sie stritten jedoch ab, dass es kriminell war, denn sie glaubten an ein System, das ihnen sagte, dass dies vielmehr eine gute Sache sei. Und das wollten sie glauben. Und sie nutzten das, um Dinge zu rechtfertigen, die nicht zu rechtfertigen waren. Die Vernichtung der europäischen Juden war das Werk von etwa 200.000 Deutschen und ihren Helfern. Die meisten Nazi-Verbrecher waren weder Sadisten noch Psychopathen, sondern ganz normale Familienväter. Wie selbstverständlich mordeten sie fürs Vaterland. Nach dem Untergang des Dritten Reichs beriefen sie sich auf ihre Pflicht zum Gehorsam. Reue kommt nicht vor. Das ist auch im Nachhinein sicher das Erschreckende, dass die Fähigkeit, Distanz zum eigenen Tun und zum eigenen Bewertungssystem einzunehmen und einen anderen Blick auf das eigene Tun zuzulassen, was dann ermöglicht hätte, auch zu akzeptieren, dass das, was man getan hat, Verbrechen gewesen sind, immer Verbrecher, dass diese Möglichkeit diesen Männern offensichtlich auch nach dem Krieg nach wie vor verschlossen ist. Diese Unfähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Selbstdistanz und letztlich auch zur Empathie, die sieht man bei diesen Tätern auch noch nach 1945. Und wie gesagt, daraus wiederum im Umkehrschluss lässt sich zeigen, wie diese Männer vor 1945 handeln konnten, wie sie handeln. Die waren von ihrem Tun überzeugt und waren nicht in der Lage, sich anrühren zu lassen von dem Schrecken, den sie angerichtet haben. Mit einem Lied auf den Lippen zogen die Männer in den Krieg. Sie hielten sich für die Elite der Welt und waren in Wirklichkeit eine Schande für Deutschland und für die Menschheit. Ja, schöne Mädel, die Küstmann auf den Mund, ja, auf den rosa, rosa und hell und und die